Willkommen zurück meine Freunde zum Bio-Labor. Jetzt haben wir ein bisschen das Labor untersuchen, mal gucken was uns schönes erwartet. Ah ne der 40, geil. Elektro Bunny ist da. Ey der Kiros hat doch richtig gepresst, oder? Ja, ja, das ist die Eile. Es ist stark, was wir machen. Ja, aber hier geht es nicht weiter. Alter Alter, wie die Eile nur umgeben. Was ich nicht sagen? Das ist eine Malignan-Tumor. Aber das hat eine Verwärtsung auf die Operation? Es gibt etwas, was es ist. Die Hatcherie auf der Oberleveilung schützt diese malignende Tumöre aus dem Karmann. Es gibt eine Begründung, die in der Produktion der Produktion. Aber wenn die Produktion der Produktion ausgesucht wurde und die Organische Fähne ausgesucht wurde, dann könnte diese Tumöre malignende Tumöre ausgesucht werden. In anderen Worten, es gibt eine große Möglichkeit, dass die Volgas ein ganzes Begründung in dieser Begründung ein ganzes Begründung in dieser Begründung. Wir sollten so viel Informationen über das, wie wir können. Standingsquad, hast du es kopiert? Wir können nicht mehr ein RK-Signal von der Surface entdecken. Bitte reporte deinen Status. HQ, wir haben eine Bio-Facilite in der Hauptbasis, die vorhandenen VULGUS-Truppen auf einer großen Scale. Wir untersuchen es. Oh, hier drin geht es auch. Oh, hier drin geht es weiter. Ja, hier geht es weiter. Ach, die scheiß Wände. HQ, hast du es kopiert? Wir sind so tief im Untergrund, dass der COMS-Link nicht stabil ist. Wir sollten diese Mission schnell übernehmen. Wir haben Zeit, um ihnen zu informieren. Kapiros wieder abgeht. Wenn die Tür in der Passagefläche geöffnet ist, schaue bei Red Liquid näher. Es ist ein Gerät, das ist ein Gerät, das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät, das nur VULGUS-Bio-Data ausbrechen. Aber es sieht aus, dass es nicht möglich ist, zwischen Freund oder Foe zu identifizieren. Es wird nur die Tür in die Tür öffnen. Es wird nur die Tür öffnen. Ja, mit einer jeden Attacke musst du ja echt nichts machen. Einfach nicht wurscht. Ja, die freuen sich halt noch. Die haben ja zwei Tumme gefunden, die sich in den Kreis reinstellen. Ja, das ist schön, dass dort ein Tumme gefunden hat. Ja, das ist schön, dass dort ein Tumme gefunden hat. Aber wie schnell das geht mit zwei Mann da drunter. Was ist das für eine Scheiße, oder? Na, hier haben wir den... ...gedan. Die haben's richtig eilig. Ja. Ja, schön die Säure, Alter, dass du da das Stricken erzieht. Alter, das ist Renni hinterher oder ist doch mal bloß ein Lüt ein. Ey, wirklich, der Angriff kommt halt nicht mehr drüber. Das kommt ohne gelaufen. Die Säure sollte das Stricken machen. Mehr als wichtig, warum ist niemand responding? Mina, Ben! Alle, bitte, respond! Oh! Widerbelebung, Einge, es fängt. Oh, das ist... Der Angriff, der generiert die Volga's bodies. Es ist die gleiche als die Hentrie, aber mit den Stabilisern. Judging bei der Größe, das würde die Säure zu einem Geschwindigkeit viel größer als die von Regulier-Equipment. Bobby, kannst du mir eine Hand? Wir öffnen diese Organik-Matter-Storage-Tank. Wir können überprüfen, wie viel Rohmaterial wurde verwendet. Dann können wir eine Schmerz-Equipment auf, wie viele Units sind. Checkt euch die Auxilier-Tank, die da sind. Bam! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Der Volga ist erinnern. Der Volga ist in alle Richtung. Bekrenz dich! Oh, der Typ mit dem Dorfkett. Oh, der Speedzeuger ist da hinten. Aber es ist möglicherweise kackt die wieder immun. Wurde alle sind Helden geschossen. Das war der Birne. Jawohl, komm weg von dir. Scheiße. Was passiert da gerade ordentlich? Jawohl. Ja moin, ich bin down. Geil. Ich habe schon gesehen, wie sie angeflogen haben. Das ist scheiße. Ja, gar raus. Da wird auch gut. Ja, der Typ ist richtig, ich muss sagen. Ja, aber zu 4G Stress, Alter. Oh ja, ich renn rein. So dumm bin ich, Alter. Gut. Geil, Alter. Warte, ich muss kurz mal durchs Leben knacken, ja? Liegst du noch? Fisch oder da? Ja, da ja. Die Wache ist leer. Die Wache ist leer. Geil, ja. Probieren sie ihn weg. Die Wache ist leer. Er kriegt halt alles ab. Alter, wie der runterrasiert wird. Jawohl. Jawohl. Uh, da war Gold dabei. Ja, Frost-Signalität-Reaktor. Geil, Raichu. Frost-Spiel. Wirklich. Hm. Verstehe ich nicht. Hm. Gut. Da können wir uns nach Elvion reisen. Gut zu knackig auf jeden Fall. Uh, Video-Sequenz. Jetzt was willst, ja. Ah la, wie die abgehen. W Halte. Hier wurde ein Woody. Die Musik hat mir abgeschrieben. Ja. Danke, wir werden schlafen. Wegen, wir müssen auf der Weislieben gehen. Wir werden die Bescheid und Facialität. Wir sind auf der Weislieben rüber. Wir werden die Behandlung von der Geistung und die Behandlung schlagen. Wir werden nicht angerufen. Es sind hier in einer Dritten-Armée zusammenge ecology. Ja, was passiert! Lowe waren. Kapitel der Rippling in Prime House, all Ivar are within range, when the three paths converge to one. My conquest will be complete. Raise your weapons! Drown the enemy in fear! My power will lead you to victory! Kill the Descendants! Kill them all! Kill! Kill! Kill them all! Take them out! Kill them all! Kill them all! Kill the Descendants! And kill them! Load the Iron Guard onto this ship. Time to go! This is HQ. All zones in Albion are now on high alert. Any Descendants are ready for operation. Please assemble at HQ. Sorry, I didn't know you were there. I did wonder where all the manufactured Volgus went. But I never expected them to be battle ready this quickly. No matter how solid our defense line is at the White Knight Gulch against a force that large, we won't be able to protect the Ironheart. And because they've divided their forces, Albion is under threat as well. This is why the Volgus pulled their forces back from the White Knight Gulch. To make us lower our guard. And to lure us into the White Knight Gulch with the Ironheart. We should head back to HQ. I'll take Dr. Han to the Medical Corps. Don't worry, I don't need any help. When I got him on his feet earlier, he wasn't heavy. He really is just like paper. I could probably carry him around. He's so light. Did you know that Yujin can't use his RK abilities on himself? He sacrifices so much for his teammates. And he can't even heal his own heart. I feel so bad for him. But I know he'll be fine. He has you and me after all. His partners in arms. Don't worry about him. Let's head back. I'll see you soon. That's a promise. This is HQ. Again. All zones in Albion are on high alert. Are we talking about Carell? Any Descendants, who are ready to meet at HQ. Descendants. Carell's fleet has begun its approach. The predicted attack targets are the White Knight Gulch, where the Ironheart is located. And Albion. HQ's predictions of the number of remaining vulgus forces have been completely inaccurate. To mass-produce that many troops so quickly. Carell lured us into a false sense of victory, then used that to bring the Ironheart into the vulgus' orbit. Also, after the phenomenon of the light beams near the Haggios, the dimensional wall has been weakening at an alarming speed. The closure of the dimensional wall and this diametrically opposite phenomenon. This might be due to the inversion that Carell spoke of. We're already seeing the Colossi being affected. Descendants. For now, please prepare for an intercept battle. According to Seneca's report, the pyromaniac Colossi are approaching Ingress. Oh, Pyromaniac. This truly is the worst space scenario. First Carell's fleet. And now the Colossi? Good. Good, my friend, I'm going to have an attack. We'll make another video. See you next time. Vielen Dank.